Hallo Leute, das ist ein Video, wo ich mir ein Schmutz zeigen werde. Ja, ich hab ne ganze Kiste voll. Mhm. Also kommen wir zu meinem ersten. So ein Gummiaband. Ja. Als zweitens. So eine wunderschöne Kette. Mhm. Als drittens. Achtung. Drittens. Upsi. Diese PR-Kette. Als viert. Bäh. Das ist kein Schmuck, aber eine ohne. Ja, voll geil. Okay. Ähm. Als... Fünftes. Ein Haarland. Als sechstes ein Schlumpfkuck. Okay. Ähm. Also als sechstens. So ein... BF. Später. Mhm. Ja. Und? Okay. Dann... Als siebtes. Oh mein Gott. Wartet mal. Erstmal hinstellen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wie soll ich... Wie soll ich jetzt filmen? Wartet einfach mal bitte. Ach, ich tag's auch mal so schnell. Als sechst. Als sechst. Sip... 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 Sü-s... Als das... Als nächstes halt zu. Oh mein Gott. So, jetzt kann ich sie davon fünften. Okay. Ähm. Dann habe ich noch eine Stimmungskette, da habe ich noch wieder so eins, da habe ich ein ATS-Anband, das ich so liebe, ein Herz rein, dann nochmal so ein Gummi. Dann hier ein Haargummi, das konnten wir nochmal haben, also habe ich geschenkt. Haargummi, Haargummi, da habe ich noch so was. Fliegi, Fliegi! Hm, dann stich jetzt alles aus. Ein Pokémon-Spiel. Fliegi, Fliegi. Ja, das ist mal gerade so. Snapchat. Bye! Ja! Das ist NOT wichtig.